mirror widget heißt ein neuer jailbreak tweak aus sydia der für das ios 5 notification center gedacht ist nämlich dass ihr wenn ihr das notification center öffnet eine art spiegel herunter klappt ihr könnt das ganz normal in sydia installieren kostenlos nachdem ihr das installiert habt wechselt ihr auf den homescreen in die einstellungen dann mitteilungen scrollt dann ganz hinunter dann findet man hier unten das mirror widget einstellungsmenü das aktivieren wir jetzt und sobald ich jetzt das notification center öffne sehe ich quasi den spiegel vor mir mit einem klick auf den euro mache ich ein foto und sobald ich zwei mal hinauf klickt dann wechselt die kamera entweder nach vorne oder nach hinten wenn ich jetzt ein foto mache also einmal hinauf klickt auf den spiegel wird das bild im ganz normalen kamera ordner vom iphone abgelegt ja viel mehr gibt es zu diesem trick ähnlich zu sagen kostenlos verfügbar in sydia lasst uns in den kommentaren wissen was ihr davon hält mich von apple touch punkt net